Der Weg ist das Ziel. Und mit dem Auto? Natürlich auch mit dem Auto. Es gibt für jegliches Fortbewegungsmittel. Aber mit dem Auto ist es schwierig, weil es einfach nicht so schöne Umgebung ist in der Regel, weil man auf der Autobahn fährt und es sieht einfach unhübsch aus. Mit dem Velo oder zu Fuss stimmt der Satz total und er stimmt einfach das ganze Leben. Ich finde es einer von den wichtigsten Sätzen. Weil wir oft Sachen machen, nur um irgendein Ziel zu erreichen und der ganze Weg dorthin ist wie verloren.